Yo, euer Ambitious hier. Ich bin grad hier in Heine, straight on the street. Spaß. Yo, euer Ambitious hier. Ich erzähle euch heute mal fünf Dinge aus aus meinem Leben, beziehungsweise fünf Dinge, die mir richtig gut gefallen. Eins. Zum ersten wäre es natürlich schlafen. Zwei. Das zweite ist Essen. Zwei. Das dritte sind die Autos. Ich liebe Autos über alles. Vor allem das Schrauben daran. Das macht richtig Spaß. Bier. Das vierte ist Musik. Also alles was es gibt, bitte her mit der Himmel. Das vierte ist Musik allgemein. Alles was es gibt, bitte her zu mir. Fünfte. Und fünfte, ja, ich würde mal sagen, das Auflegen und die Partys drumherum.